Hallo und einen schönen guten Abend zum ersten Lauf des Audi Sport Seifert R8 LMS E-Cup hier aus dem Autodromo Nationale Monza. Mein Name ist Tobias Brockmann und für den Anfang habe ich noch jemanden hier an meiner Seite, denn niemand anderen als Jan Seifert selbst. Hi, grüß dich. Ich freue mich jetzt mit dabei zu sein. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Ja, das ist jetzt der erste Lauf. Es wird eine doch etwas längere Saison. Deine Pläne sind ja doch schon recht gut. Da hat auch die Preise für die Gewinner, die lassen sich auch schon nicht schlecht sehen. Ja, also die Planung war relativ kurzfristig und musste relativ schnell gehen, aber die Preise, eigentlich geht es um den Hauptpreis. Und ich glaube, deswegen sind auch alle 40 Fahrer hier. Wir haben ja 20 Fahrer in der Pro und 20 Fahrer in der Pro-M-Klasse am Start. Und da geht es darum, die können eine Testfahrt im R8 GT4, im Audi R8 GT4, also im richtigen Rennauto gewinnen. Und weil das Ganze ist ja das Pendant sozusagen zum Cup. Also mein Vater organisiert ja im Rahmen der DCM den Audi Sport Seifert R8 LMS Cup. Also genau das Pendant in der Realität. Und hier geht es dann halt jetzt um diesen Preis und natürlich auch um Preisgeld. Absolut. Und wir sehen, es wird heute richtig heiß hergehen, nicht nur zwischen den Fahrern, sondern auch auf der Strecke. 40 Grad Streckentemperatur. Jan, du als Fahrer, du weißt, es kann interessant werden. Ja, ich meine, wir sind in Monza, wir sind in Italien unterwegs. Da ist es warm. Und ich glaube, das wird eine Reifenschlacht. Das wird eine Strategieschlacht, eine Reifenschlacht. Gerade Monza ist eine schnelle Strecke, wo du aufs Reifenmaterial achten musst. Also ich glaube, da werden wir den einen oder anderen Ausritt sehen, aber auch die ein oder anderen Strategiespielchen. Ja, absolut. Der Kalender, der ist auch gut bestückt. Wir haben einige Rennen dieses Mal, die zu bestreiten sind. Und es geht nicht nur nach Monza, sondern wir sehen, es geht auch nach Brent's Hedge, es geht nach Zandvoort auf den Nürburgring. Und das Ganze sogar zweimal. Worauf freust du dich am meisten, Jan? Ich freue mich generell auf die komplette Saison. Also die Saison ist halt vollgepackt mit allem. Ich meine, wenn man guckt, Nürburgring Grand Prix Strecke, Sunrise heißt also ähnlich wie Bethes 12 Stunden Rennen. Man fängt im Sonnenaufgang an und fährt dann in den Tag hinein. Oder wir machen einen Nachtrennen ins Bar. Das verspricht Spannung ohne Ende. Und die Pre-Qualifying Sessions haben es ja auch schon gezeigt. Es ist einfach Spannung geboten, weil es gab ja zwei Sessions, wo sich die Fahrer qualifiziert haben. Und ich meine, wir haben einfach mal 40 Autos innerhalb von einer Sekunde gehabt. Genau. Und wir haben das Ganze ja so. Wir haben 20 Pro-Fahrer, 20 Pro-M-Fahrer. Die sind auch bei uns auf unserem Overlay ganz gut zu erkennen. Und zwar im Audi Rot. Da sehen wir dann die Pro-Fahrer markiert mit ihren Startnummern. Und im klassischen Weiß sehen wir dann die Farben der Pro-M-Klasse. Ja, wir haben noch eine Minute 30 Qualifying. Die Zeiten sind gar nicht mal so schlecht. Die schnellste Zeit aktuell gefahren. Die haben wir hier im Bild von Jonas Wallmeier. 1,47478. Ja, ich meine, es geht zur Sache. Aber Monza ist natürlich auch ein Windschattenspielchen. Jonas Wallmeier vom Pure Racing Team. Die Jungs wissen natürlich, wie man das Spielchen betreibt. Und das hat man auch schon im Qualifying jetzt sehen können. Ich meine, wir haben uns natürlich die Session mit angeschaut. Und das ist aber, Qualifying ist das eine. Jetzt packe ich mal die Phrase aus. Und im Rennen ist es das andere. Weil klar kannst du dich im Rennen abwechseln mit deinem Teamkollegen im Windschatten fahren. Aber es kommt noch eine weitere Komponente dazu. Und das ist auch nicht unabsichtlich. Die Taktik, der Sprit. Also die Fahrer kommen nicht mit einer Tankfüllung aus, wenn sie komplett durchfahren. Also das heißt, wenn sie komplett Vollgas durchfahren, schaffen sie es nicht. Sie können natürlich einen Pitstop machen. Macht aber keinen Sinn, weil sie zu viel Zeit verlieren. Das heißt, sie müssen Sprit sparen, um die eine Stunde, die 60 Minuten komplett durchzukommen. Ja, das könnte doch interessante Taktik-Spielchen geben. Vor allem auch, da wir Teams wie zum Beispiel das Pure Racing Team dabei haben. Oder auch Coanda, die mit mehr als zwei Fahrern an den Start gehen. Die können sich natürlich im Windschatten ziehen. Die können die Plätze abwechseln, wie man es ja schon vom Fahrrad fahren kennt. Die Unitalia ist ja auch im Moment. Also da sieht man solche Taktik-Spielchen ja auch. Und ich glaube, das wird auch hier in diesem Rennen interessant. Aber interessant wird es auch, wenn die Reifen ordentlich abbauen. Ja, ich bin mir echt mal gespannt. Du hast zum Beispiel die Parabolika. Hier fahren wir gerade drauf zu, auf die Parabolika. Da hast du pure Kräfte links außen, links hinten, links vorne. Hast du da komplett den Druck auf den Reifen drauf. Da musst du einfach klarkommen mit dem Material, was du zur Verfügung hast. Ich meine, du kannst keine Reifen wechseln. Eine Stunde musst du komplett durchfahren. Aber du hast Pure angesprochen, du hast Coanda angesprochen. Wir haben noch so viele andere dabei. Wir haben Vila Racing Euronics mit dabei. Wir haben viele eigene Fahrer dabei, die gar nicht in dem Team angehören. Was natürlich, was ich super gut finde, perfekt. Aber die können natürlich sich genau in diesen Windschatten auch wieder dranhängen. Es ist Spannung auf jeden Fall geboten. Und vergiss bitte nicht, wir haben zwei Schikanen da drin, die es komplett in sich haben. Also ich hoffe nicht, dass es ein Crash-Festival wird. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es kommen nicht 40 ins Ziel. Ja, 40 ins Ziel kommen, das ist natürlich immer das Schönste, was es geben würde. Aus Fahrerperspektive. Aber ich glaube, da hast du recht, das wird nicht passieren. Ja, du hast es erwähnt. Andere Teams, zum Beispiel Sock Rennsport eSports, William Gym eSports. German Sim Racing sind dabei. Aber zum Beispiel so ein Reinhard Liebel, der fährt tatsächlich ganz allein, hat kein Team dabei. Hat sich für die Pro-Am-Kategorie platziert. Startnummer 777 für die, die ein Auge auf ihn werfen wollen. Wir sind jetzt aber erstmal an Bord von einem der Treton Racing Rally Shop PL-Fahrer, das ist nämlich Marcin. Ich bin ja auch von Marcin. Da sehen wir es jetzt auch schon pro, der hat aktuell 1,37 und du siehst, wie es ordentlich schmiert auf der Strecke schon. Ja, du hast einige Quersteher von den Fahrern schon. Und unsere polnischen Kollegen, also von Triton, die da am Start sind, zwei polnische Kollegen, freue ich mich natürlich auch, dass die mit am Start sind. Ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ich meine, das Qualifying ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt erstmal die erste Qualifikation hinter uns. Was natürlich auch spannend ist, wir starten als ein Feld. Das heißt, wir werden nicht das Feld aufteilen in Pro und Pro-Am, in der Wertung auf jeden Fall. Das wird natürlich auch für euch alle ersichtlich sein, dass man das auch im Feed dann sieht, in den Ergebnislisten. Aber der Start erfolgt als eine Gruppe hintereinander komplett, also durchgemischt. Und das spricht natürlich für Spannung pur, weil wenn du die Pro-Leute mit dem Pro-Am dazwischen hast. Ja, und dann geht es auf die erste Schikane zu. Holla die Waldfee. Ja, wir haben ja gesehen, einer der Pro-Am-Fahrer, der mischt ja schon mit im vorderen Feld, meine ich gesehen zu haben, Top 10. Ja, was ist da so die Challenge, wenn du da mal so einen Pro-Am-Fahrer hast, der im Pro-Feld startet? Ja, du hast ja die Pro-Leute, sei es, ich meine jetzt nehmen wir den Pro der Pros, Maximilian Benecke, der auch auf die Pro-Position gefahren ist, wie wir so schön sehen. Der weiß natürlich ganz genau jeden Millimeter und Zentimeter, was er zu machen hat. Dann hast du einen Pro-Am, der vielleicht nicht ganz so der Profi ist dazwischen. Das kann natürlich nach einer Stunde dann sehr spannend werden, wenn da vielleicht der ein oder andere Fehler sich einschleicht. Ja, das kann absolut sein. Und ich danke dir, Jan, und viel Spaß gleich in der Race Control. Wir gehen jetzt nämlich mal schon so langsam ins Grid. Ja, Platz 1, da startet, wie du schon erwähnt hattest, Maximilian Benecke aus dem Pure Racing Team. Jonas Wallmeier auch aus dem Pure Racing Team, Top 2. Ja, da können schon die Windschattenspiele entstehen, aber dann wird das Ganze unterbrochen von Sven Hase aus dem Bieler Racing Team Euronics. Das, das von der Legende Frank Bieler geführt wird. Jeremy Butelou ist dann auf Platz 4 für VHS Coanda Sim Sport. Mike Nürnberg, der erste der beiden Sorg-Fahrer, auf Platz 5. Der Pole Marcin dann auf Platz 6. Christopher Dambiz hat es auf Platz 7 geschafft von Sorg-Rennsport. Und dann kommt der weitere Fahrer von VHS Coanda Sim Sport, Tommy Ostgart, das ist auf Platz 8. Ja, unsere Top 10 wiederum. Da haben wir schon den ersten der Pro-M-Fahrer, Tobias Hübler, Bieler Racing Team Euronics, auch dabei. Der wird dann schon mal den Pros zeigen, wo der Hase wächst. So, Gregory Tencent, Top 10, Bieler Racing Team und Florian Beute, Williams Gym E-Sports. Danach kommt Tom Valentini von Williams Gym E-Sports. Also, in dem Sinne schon ein großes, weites Feld. Allein schon bei den Pros tatsächlich. Max Riedmüller als nächster Pro-M-Fahrer. Und das ist tatsächlich doch dann interessant. Du hast es, wie gesagt, erwähnt, Jan. Da danke ich dir nochmal für deine Expertise, die du auf jeden Fall hast. Angelo Michel zum Beispiel von Team RSO, auch ein schneller Fahrer auf Platz 16. Und dann kommen dann die ersten Pro-M-Fahrer. Marc Gassner, der ist auch privat unterwegs. Der hat auch kein Team hinter seinem Rücken, der ihm hilft. Denn wir kennen ja das Ganze, man hat Crew Chiefs, die sich um das Ganze kümmern, was so rum passiert. Wir haben Benedikt Westerholt dann von Racetrack-Coach, E-Racing auf der 90. Patrick Pichler auf der 20. Und dann dürften normalerweise fast nur noch Pro-M-Fahrer kommen. Genau, da haben wir es. Tim Koch zum Beispiel, Patrick Preußen auf der 22. Oliver Bayer, Nick Schulte-Wissermann dann auf der 24 für H2 Performance SRT 2. Auch natürlich alles in der Pro-M. Und jetzt bleibt es normalerweise weiß, könnte man meinen. Aber nein, immer noch Pro-Fahrer. Tim Stebani, Schubert Motorsport natürlich. Pro-M, Manuel Weibel, Pro. Piotr Jagozinski auf Pro natürlich auch. Geno Boulders, Pro-M, German Sim Racing, die E-Fahrer auf Platz 28. Ein paar haben wir noch. Nämlich zum Beispiel den Marc Reichert von Glowing Disc. Max Bayer von der Sim Racing Academy. Markus Packenbock von Bila Racing Team Ironics. Und Rainer Thiebel, ein Privatfahrer. Ja, aber es gibt noch ein paar mehr. Marcel Ekpers, Marvin Otterbach, Jörg Koroschetz und Marcel Fritsch. Auf Platz 36. Und die letzten vier, das sind Tim Bittner, Florian Buntschuch, Hendrik Augustin und Fabio Unverdruss. Ja, die halbe Paysnap, die hat gestartet. Es geht jetzt jeden Moment ins Rennen rein. Wir warten quasi nur noch drauf, dass die Fahrer nach vorne kommen. Jonas Wallmeier, also der führt das Feld an. Und ich habe das Gefühl, dass Maximilian Benecke nicht mehr auf dem Server ist. Das ist ärgerlich für ihn, aber das kann passieren. Jetzt heißt es ordentlich, in zweier Reihen lehmeinander aufstellen. Einmal bitte und dann auch erst, wenn es grün wird, losfahren. Nochmal ganz kurz zu den Kategorien. Pro, das sind die Fahrer, die zur Zeit der Anmeldung über 4000 iRating haben. iRating, das ist in iRacing eine Wertungsgeschichte, wie man Fahrer mit Racecraft einsortieren kann. Umso mehr Rennen du gewinnst. Kriegst du mehr iRating in offiziellen Rennen in iRacing, bist du weiter hinten, dann verlierst du teilweise iRacing. Dementsprechend relativ gut, um es einzuschätzen. So, jetzt geht es jeden Moment los. Wir warten darauf, dass das Payscar nun in die Box fährt. Da biegt das Porsche Payscar ab und wir warten jetzt nur noch auf die grüne Flagge. Jeden Moment geht es los. Der Audi Sport Seifert R8 LMS E-Cup ist hiermit eröffnet. Die grüne Flagge wurde gewunken. Jonas Wallmeier mit einem sehr, sehr guten Start weggekommen. Das Feld fächert sich schon gut auf. Weiter hinten auch Reit. Großes Gemisch. Momentan kann Wallmeier da noch vorne dran ziehen. Aber auch der nächste Sven Hase ist direkt natürlich dran. Der will auch vorbeikommen. Erste Schikane. Immer so klacken. Und hinten kracht es ordentlich. Großer Unfall weiter hinten. Wir schauen gleich drauf. Startphase immer, immer sehr eng auf Monza. Da lässt man immer ein bisschen Carbon liegen. Aber aktuell Wallmeier, Hase, Butelu führen die Top 3 an. Und da löst es dann auch schon auf. Nürnberg konnte sich auf der 4 durchsetzen. Und hinten haben wir jemanden, der kann schon direkt aufgeben. Und das ist einer der polnischen Fahrer, der hier in die Box ist. Und zwar Piotr Jagodzinski, der da einen Einschlag hatte. Eieiei. Immer wieder aufpassen. Natürlich großes Feld. 40 Fahrzeuge. Wie auch hier Two-Wide durch die zweite Schikane durch teilweise. Da gibt es sogar hinten ein anderer Coanda-Fahrer. Muss sich da durchsetzen. Wieder neben der Strecke. Aber alles noch einigermaßen sauber. Die Nummer 44, Tommy Oskar, muss sich da gegen Christopher Dambic durchsetzen. Kommt hier etwas von der Strecke runter. Ein großer Unfall hinten. Bila Racing hat sich da gedreht. Das ist Efkan Birkir, der Turkish National GT Champion in iRacing. Ärgerlich hat er einen Schlag mitbekommen. Und es ging auch einer ins Kiesbett, wenn ich das gesehen habe. Aber der konnte sich dann wohl wieder fangen. So, hier nochmal das Replay. Wir haben die Augen auf Birkir. Kommt hier fast Freeway durch. Der RSO-Fahrer ist die 69. Ja, Angelo Michel muss da weit gehen. Da kommt Birkir quer. Da kann der Fahrer hintendran nicht mehr ausweichen. Fährt ihn da in den Unterboden. Und das dürfte dann auch das Rennen für Birkir hier in diesem Punkt schon fast gewesen sein. Denn mit so viel Windschatten Schaden da noch hinten dran zu bleiben. Die Schadensmodelle in iRacing. Das wirkt sich immer sehr, sehr schnell auf die Aerodynamik aus. Schade, schade für ihn. Aber weiter vorne momentan die Führung weiterhin Wallmeier, Hase, Bute, Du, Nürnberg und der Kole, Mastin von Triton Racing. Das ist so die Top 5, die sich schon so ein bisschen absetzen kann. Danach die Kampfgruppe 6er bis 17er Platz. Die sind zusammen. Das sehen wir hier im Bild. Dann haben wir Angelo Michel, Patrick Preuße zusammen. Und hier wieder den Rest 20 bis 25 auch. Alles in allem haben wir erst einen Großausfall, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise natürlich noch das Auto von Birkir, was beschädigt ist. Rainer Tepel wurde ein bisschen durchgerutscht. Aber wir sind an Bord von Lugini Schiebitz, der seinen Teamkollegen hinterher fährt. Links unsere schöne Grafik. Wie viele Positionen gut gemacht wurden und verloren wurden. Also da muss ordentlich was verloren worden sein. Denn da sind ein paar dabei, die Plätze gewonnen haben. Aber ein paar, die verloren haben. Hüvel hat zum Beispiel zwei Plätze verloren. War ja einer der Pro-Am-Fahrer in der Top 10. Aber, muss ehrlich sagen, trotzdem stark sich immer noch auf Platz 11 zu halten. Weiter sehen wir Weibel. Der konnte ordentlich Platz gut machen durch die Pro-Am, durch 11 Plätze. Damit also bisher der Gewinner der Startphase, muss ich sagen. Ordentlich gemacht, ordentlich durchgeführt. Der führende momentan im Bild. Allerdings ist auch eher unter Druck. Muss da schauen, dass er nicht zu viele Fehler macht. Und sich öffnet gegenüber dem Bieler Racing-Fahrer, gegenüber Sven Hase. Aber auch der muss sich nicht nur nach vorne orientieren, sondern auch nach hinten. Track Limits ist immer so eine Geschichte. Wir haben eine Rennleitung, die sich natürlich so Sachen anguckt, wie die Startphase vorhin. Die auch direkt live Strafen vergeben kann. Hier in unserer Simulation. Und zwar in Form von Black Flags. Und dann müssen sie für eine Stop-and-Go oder halt eben eine längere Stop-and-Hold-Strafe in die Box. Da wird natürlich geschaut, ist das verhältnismäßig oder nicht. Aber natürlich kann man auch Zeitstrafen hinzufügen. Also da alles ganz offen. Ja, die Perlenkette durch Monza immer noch dabei. Immer noch nicht ganz so auseinandergerissen, wie es, glaube ich, die Führungsgruppe hätte. Onboard jetzt mit dem Bieler Racing-Team-Auronics-SH-Fahrer Sven Hase. Eigentlich ein sehr, sehr starker Fahrer. Bieler Racing auch relativ neu in iRacing, aber relativ stark unterwegs. Gute Fahrer verpflichtet für das Team. Und jetzt schauen wir mal Windschatten-Duell. Da kommt er ran. Aber reicht es für den Overtake vor der Bremszone da auszuscheren? Glaube ich nicht. Der wird hier für den ersten Moment hinten dranbleiben. Der will natürlich nicht den Windschatten verlieren. Denn kritischer Faktor ist natürlich, wie Jan eben vorhin erwähnt hat, der Sprit. Nicht nur die Reifen bei diesen unglaublich heißen Streckentemperaturen. Von der Hut, sie fallen jetzt ein bisschen 38 Grad. Sondern natürlich auch der Spritfaktor. Die Fahrzeuge haben ca. 120 Liter an Bord. Damit kommst du auf einer durchschnittlichen Strecke auch um die 60 Minuten. Auf dem Nürburgring fährst du auch deinen 60-Minuten-Stint. Aber nun mal eben nicht hier. Monza fährst du 90 Prozent Vollgas, wenn nicht sogar mehr. Und da wird dieses Windschattenfahren unglaublich wichtig sein. Vor allem Wallmeier hat keinen Teamkollegen hinter sich, mit dem er die Plätze wechseln könnte. Denn wir haben gesehen, Bennecke, der hat unglaublich verloren. Der hat einen Disconnect gehabt am Start. Und das war für ihn unglaublich schlecht. Denn er ist natürlich nicht mehr in den Top-Positionen hier mehr drin. Er fährt auf Platz 34 aktuell. Aber hier Kino Buschmann, GTN Racing. Der ist auf Platz 15 unterwegs und hat die nächste Vorsicht. Das ist Patrick Pichler. Aber Pichler selbst für das Pure Racing Team auch einer der drei Fahrer, die für Pure hier antreten. Wallmeier, Bennecke und eben Pichler. Der ist auch ein bisschen unter Angriff, würde ich jetzt mal sagen. Halbe Sekunde zu Buschmann. Das kann viel bedeuten, muss aber nicht. Denn auch Buschmann wird von hinten natürlich attackiert. Von Angelo Michel vom Team RSO. Da muss er also auch gucken. Da nicht zu viele Fehler zu machen. Nicht zu viel Boden zu verlieren. Ja, der erste Runde-1-Unfall, den wir da hatten, das war tatsächlich Piotr Jagodzinski, der den da verursacht hat. Ärgerlich, aber hier ist der Angriff. Und Kino Buschmann muss jetzt schauen, ob er da sich verteidigen kann. Nein, das reicht nicht. Er verliert den Platz. Jetzt also zu Angelo Michel. Stark gefahren vom RSO-Fahrer. Runde-1-Inzident. Piotr wird nicht mehr geschaut, da er auch selber disconnected ist. Da wird eventuell im Nachgang schlafen verteilt. Hinten wird eine Dive-Bomb versucht, gegen den Sorg-Rennfahrer aber noch einmal zurückgezogen. Wir wissen, hier auf Monster Windschatten ist unglaublich wichtig. Wir sehen es. Es wird also kaum rausgezogen. Es wird sehr viel hintereinander gefahren. Es ist unglaublich essentiell, da auch nicht den Fehler des Vordermannes nachzumachen. Man wird oft verleitet dazu, wenn man fährt, dem Vordermann nachzufahren. Und wir haben ein Fahrzeug mit Problemen, so wie es aussieht. Max Bayer fährt hier als wäre nichts einfach vorbei. Platz 20 aktuell. Und auch Jeno Bulders kommt durch. Ich glaube, Benedikt Westerholt, die Nummer 37, die hat da Probleme, so wie es aussieht. Ja, es wirkt so, als hätte er tatsächlich Probleme am Fahrzeug. Nicht ganz so einfach, aber die Rennleitung, die schaut sich jetzt momentan Runde 2, erste Kurve an. Da war auch nochmal was. Riedmüller, das war gegen Marc Gassner, der Nummer 15. Also auch da könnte es passieren, dass es da eventuell noch ein oder andere Strafen gibt. Aber zu dem Unfall vorne, oh, da wird hart über den Körb gefahren und hart über Skis. Da ist aktuell nichts. Und das ist jetzt der Kampf, Pappenbrock gegen Koroschetz, beziehungsweise Koroschetz gegen Pappenbrock. Der Pro-M-Driver von Newman, der macht hier ordentlich Druck gegen einen der Pro-Fahrer von Vila Racing. Natürlich bringt es nichts in der Wertung, der eigenen Klassen vorbeizufahren. Aber man weiß ja, weiter vorne fahren ja noch andere Pro-M-Fahrer. Das heißt, man will die Pro-Fahrer natürlich aus der anderen Klasse jeweils nutzen, um an die eigenen ranzukommen, die weiter vorne fahren können. Der Fastest Lab aktuell, die hat es noch tatsächlich, Maximilian Beneckel, jetzt gerade hingelegt. Eine 1,47747, also sind wir tatsächlich auf Quality-Speed jetzt schon. Jonas Wallmeier natürlich, der Pro-Fahrer, immer noch am Führen. Gregory Tencent, auch ein Fahrer von Vila Racing Team Euronics. Weiter vorne im Feld, Platz 9, bisschen eingekesselt zwischen den beiden Fahrern, Florian Beute und Tom Valentini. Sieht optisch ganz gut aus. Wir haben ein bisschen, ja, das Blinken der Fahrzeuge liegt immer ein bisschen an den Usern selbst. Da gibt es dann irgendwelche Verbindungsproblemen. Das ist so eine Sache, die hat man im echten Motorsport nicht. Da gibt es andere Ausfälle, da gibt es Probleme wie Getriebeprobleme, Reifenplatzer oder sonstiges. Und hier hat man eben noch zusätzlich den Punkt, dass halt auch einfach die persönliche Verbindung zu Hause ausführen kann. Wir hatten schon Leute, denen ist der Strom ausgefallen beim Fahren, was natürlich super, super ärgerlich ist. Aber Tencent aktuell, 1,48, 3,45 ist eine beste Runde, ist einigermaßen konstant unterwegs und hält sich natürlich vernünftig hier im Feld in der Perlenkette. Was ich glaube persönlich, was dieses Rennen hier angeht, ist die Tatsache, dass es sich jetzt am Anfang noch so ein bisschen entspannt ist. Es wird versucht, möglichst eng im Pulk zu fahren, möglichst eng beieinander zu bleiben, Windschatten mitnehmen und ganz entspannt fahren. Man hat hier und da immer wieder einen Ausbrecher, der mal rausfällt. Patrick Pichler fällt hier weit zurück, die Nummer 70. Werden wir weiterhin sehen, dass Martin hat fast schon versucht, in der Askarik zu überholen, was natürlich nicht sinnvoll ist in dem Falle. Und wir haben ein beschädigtes Auto. Sehe ich gerade vorbeifahren und Patrick Pichler, der fährt in der Askarik weit, muss raus aufs Kiesbrett. Oh, das sieht nach einem größeren Schaden aus. Ja, damit für ihn das Rennen auch gelaufen. Bin mal gespannt, ob die Regie da noch was findet. Das war ein bisschen früher, meine ich. Ja. Gucken wir mal. Wir sehen es hier, wie er abfliegt über die Askarik. Keine Chance mehr, kein Grip mehr im Fahrzeug, keine Kontrolle. Da wird also auch, denke ich, die Achse gebrochen sein. Hier schauen wir uns das Auto noch ganz. Pichler kommt in die erste Lesmo rein. Aus der zweiten Lesmo raus, nimmt der Zufi-Curb mit, rutscht wieder auf die Strecke zurück und wird da mitgenommen von einem anderen Fahrzeug. Ärgerlich damit die Achse gebrochen, natürlich die Aerodynamik hinüber. Das Rennen für ihn also beendet. Der hat sich zurück zur Box tonen lassen. Schauen wir mal aus dem anderen Winkel. Kommt hier raus, rutscht zurück auf die Strecke über die Wiese und wird dann mitgenommen von der Nummer 67. Die Nummer 67, das ist der Fahrer mit der Nummer 67. Patrick Preuße. Eieiei, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und wir haben eine neue Strafe, die tatsächlich reingekommen ist. Und zwar für das Auto Nummer 313. Der hat eine Drive-Thru-Penalty bekommen. Causing a collision in Turn 2 in Lap 2. Hm, das ist natürlich ärgerlich. Durchfahrtsstrafe dauert mal locker 30 Sekunden. Das willst du nicht haben. Das ist nicht ganz so nett. Race Control, da ist es eingeblendet. Ja, Durchfahrtsstrafe verlierst du ordentlich. Zug aufs Feld und natürlich verlierst du auch deinen Windschatten. Auch Kichler hat das Auto mittlerweile abgestellt. Sieht man ganz gut bei uns von der Kommentatorenkabine aus. Almayer, der führt weiter in das Feld an. Wir haben einen Ausritt noch durch die Ascari. Einer der Fahrer, ja, man hat es gesehen, Jan hat es schon vorhergesagt, die Reifentemperaturen, die gehen hoch. Tim Koch von Glowing Disc Motorsport hat da gut Probleme, die Linie zu halten. Und ich denke auch, das wird im weiteren Verlauf des Rennens noch ein Thema sein. Wir haben jetzt 10 Minuten des Rennens schon abgeschlossen. Und am Anfang, wie gesagt, da werden sie sich alle noch einreihen, werden sie alle vorsichtig sein. Aber früher oder später, da werden die Angriffe kommen, denn wir müssen ja auch den Sprit sparen. Und sobald sie in ihrem Spritwindow sind, der erste geht schon mal an die Box. Sobald sie in ihrem Spritwindow sind, da wird dann das Thema Kämpfe sein. Und es ist Max Riedmüller, der in die Pitlane gegangen ist. Und das ist auch das Fahrzeug mit der Nummer 313. Der treibt gerade seine Durchfahrtsstrafe an. Die ihr auch ableistet. Das ist insofern ganz gut. Und Efkan Birk hier, der fährt weiterhin. Der ist auf Platz 31 unterwegs. Oh, Kollision hier. Die Nummer 89 trifft hier einen der Fahrer von Human Sim Racing, so wie es ausgesehen hat. Das könnte Jörg Koroschetz gewesen sein. Die Nummer 92. Wir schauen uns das im Replay nochmal an. Ja, da wurde der Human Sim Racing Fahrer getroffen. Und es sieht aus, als wäre das eine der Huber Racing Maschinen gewesen. Andrea nochmal zurück auf die Strecke. Das geht ganz gut. Es könnte passieren, dass da natürlich die Simulation eine kleine Black Flag, eine Time Penalty auferlegt. Da muss man dann ein bisschen vom Gas gehen. Das hat man jetzt gerade gesehen. Ärgerlich hier. Aber ich denke, auch das wird sich die Rennleitung natürlich ansehen. Weiter vorne Sven Haas. Immer noch dran an Jonas Wallmeier. Konnte sich so ein bisschen absetzen, die beiden von Hulte Lu und dem Rest. Mike Nürnberg und Tommy Oskart, die weiter hinten dran fahren. Aber wir sehen es. Sven Haas, er kommt so ein bisschen ran. Also 0,025 Sekunden Runde 4, 0,1 07 jetzt letzte Runde. So Stück für Stück wird es was. Zwei Zehntel trennt die beiden und diese zwei Zehntel, die können relativ schnell schmelzen. Die Frage ist nur, will er unbedingt vorweg fahren? Wenn du vorweg fährst, wenn du nicht den Windschatten fährst und das Gas ein bisschen lupfen kannst, dann heißt das auch oft, dass du eben keinen Sprit sparen kannst. Denn so wie in Einreichsinn der Sprit berechnet wird, geht das nämlich von der Gaspedalposition aus. Und da bin ich mal gespannt, wann diese taktischen Spielchen vorbei sind und wann auch Jonas Wallmeier merkt, dass er sich eventuell vielleicht sogar zurückfallen lassen muss und einfach überholen muss und dann auf dem zweiten Platz dran zu bleiben. Denn aktuell in der frischen Luft, klar, er hat den besten Grip, absolut. Aber ihm wird früher oder später der Sprit ausgehen. Wir sehen es richtig schön hier in die erste Schikane rein. Alle mal zusammen, alle mal in eine Perlenkette. So wie sich das gehört. Aber irgendwann kommen die Kämpfe. Da vorne wird ein bisschen sortiert. Sehen wir es hier hinten im Bild momentan. Aber auch hier keine großen Anstanden zu machen, da zu überholen. Also insofern weiterhin faires Fahren. Ja, die Fahrer, die so ein bisschen alleine unterwegs sind, das sind eben Patrick Preuße. Der hat ein bisschen mehr Abstand nach vorne und hinten. Aber auch ein Jörg Koroschetz oder ein F. Kampierke. An Bord wieder mit Gregory Tenzen von Vila Racing Team Euronics. Der ist aktuell auf dem achten Platz unterwegs und jagt den Fahrer vor sich. Florian Beute. Tenzen aus dem Benelux-Bereich. Beute aus dem deutschsprachigen Bereich. Also die kennen sich eigentlich auch schon ganz gut auf der Strecke. Die sehen sich gerne. Oskar, einer der Fahrer, der heute einer der Fahrer, die eigentlich auch relativ stark unterwegs sind. Aber es ist immer die Frage, stark unterwegs sein ist immer nur so gut, wie halt auch die Reifen halten. Das weiß auch Williams Gym E-Sports. Pichler Nummer 70, no further action, rutscht da unverkehrt auf die Strecke zurück. Das war eigentlich fast abzusehen. Da also das für den Fahrer da nicht mehr passiert. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. 15 Minuten in die Renndistanz rein. Ab wann beginnen die Fahrer wohl ein bisschen auszuscheren? Die sind tatsächlich brav hintereinander. Der Sprit reicht nicht mit Knallgas. Und trotzdem fahren sie hier alle wirklich wettbewerbsfähige Zeit. Man sieht es ja, sonst wären die Positionen auch nicht so. 1,48, 3,08, 1,48, 2,8, 1. Hier maximieren Benecke wieder auf Platz 24. Aber hier im Bild, Marcin gegen Tommy Oskar. Auch da 0,384 Sekunden und weiter fallend. Das ist immer so ein bisschen in der T. Oskar natürlich viel am Liften, viel am Coasten. Schaut natürlich auch, dass er da ungefähr hinkommt mit seiner Spritmenge. Aber ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze aussieht. Onboard jetzt mit Marcin. Platz 5 verfolgt den Mike Nürnberg von SORKE Rennsport eSports. Aber was mich interessiert, ist K-Nr. 1. Ich bin mal gespannt, ob wir den reinkriegen. Der Maximilian Benecke, der hatte den Disconnect am Start. Und konnte sich tatsächlich wieder aus der Box herausfahren natürlich. Konnte nachstarten und ist jetzt schon wieder auf Platz 22. Er ist auf 40 aus der Box reingefahren. Ist durch das Chaos durch. Und fährt hier auch aktuell die schnellsten Zeiten. 1,47, 5,3, 4. Und in der letzten Runde eine 1,47, 8,5, 6. Das ist die schnellste Zeit hier auf der Strecke, die aktuell gefahren wird. Ist die Frage, wie weit kommt er natürlich durch. Denn er ist aktuell in einem Feld jetzt auf 21. Starkes Manöver. Dann sieht es in dieser Runde. Das Auto zeigt noch an. Platz 24, bis er über die Zeitschleife kommt. In dieser Runde allein drei Plätze gut gemacht. Absolut starkes Manöver. Er hätte eigentlich auf Platz 2 starten sollen. Was natürlich super, super ärgerlich ist. Dein Disconnect oder natürlich ein Schaden am Auto, vorm Start oder sonst was. Das ist nicht unbedingt das, was du sehen willst. Du hast dir schon eine bestimmte Vorstellung gemacht. Es gibt diese Testfahrt im Audi R8 GT4 zu gewinnen. Und ja, das ist immer so eine Sache. Du willst natürlich dein Bestes geben. Aber wenn die Hardware nicht mitspielt, dann ist es natürlich problematisch. Also weiterhin Benecke auf Kurs nach vorne. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch er nicht am Sprit sparen sind. Drückt zu Patrick Preuße mit der Startnummer 67. Einer der Pro-Fahrer von GermanSimRacing.de. Der verfolgt seinen Teamkollegen, den Pro-Fahrer von GermanSimRacing.de. Natürlich andere Kategorie, aber ein gleiches Team. Und im gleichen Team, da arbeitet man natürlich zusammen. Und das sehen wir hier auch ganz gut. Hier wird Windschatten gefahren. Da wird nicht unnötig gepusht. Die beiden sind alle gut unterwegs. Und jagen da vorne, wenn ich das richtig sehe, den Fahrer. Und nämlich, jetzt muss ich lügen, wenn ich es wüsste. Ich sehe es nämlich leider nicht. Auf dem Zeitmonitor Max Bayer, Startnummer 6. Genau. Max Bayer eigentlich auch einer der Fahrer, die relativ stark dagegenhalten können. Aber wir gehen wieder zurück auf den Führenden, auf Jonas Wallmeier, der sich immer noch behaupten kann vor Sven Hase. Und jetzt ist auch die Frage, wann knicken bei Hase die Reifen ein? Wann knicken bei Butelu die Reifen ein? Denn die Streckentemperatur, die fällt zwar stetig, aber wie gesagt immer noch 38 Grad. Die Trainingssession begann um 19 Uhr mit 44 Grad. Da sind natürlich viele Fahrer rausgefahren, um das Gummi auf die Strecke zu legen. Um eben der Strecke Grip zu geben, um zu schauen, dass es da auch passt, selbst bei den heißen Temperaturen. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Das wird mitgenommen ins Qualifying, das wird mitgenommen ins Rennen. Die Strecke wird insgesamt schneller. Aber weiterhin ist es Bennecke, der hier die schnellsten Zeiten setzt. 1,48,0 in der letzten Runde. Oh, ah, Luhumier, 1,47,8. Jetzt ist er derjenige, der Gas gibt auf Platz 13 mit der Startnummer 3. Und wir sehen es so unglaublich schön. Die ersten Zwölf sind alle hinten dran. Dann kommt bis Platz 15 mittlerweile in dieser Perlenkette. Man merkt also, die Führung geht vom Gas runter, während die hinteren ein bisschen mehr Gas geben. Ich bin gespannt, ob das sich am Ende tatsächlich ausgeht. Und ob wir Leute haben, die an die Box müssen oder am Ende ausrollen. Gute Luhumier von Coanda Sim Sport aus Frankreich, sprich Französisch. Sehr, sehr starker Fahrer aus dem Team, kann man absolut sagen. Interessant noch dazu ist, wie die Fahrer hier klarkommen mit dem Fahrzeug. Denn normalerweise können so große Teams wie VHS Coanda Sim Sport natürlich auch Setups brauchen. Wir haben es ja ganz eine Setup-Abstimmung, wie man es ja kennt, im echten Auto. Normalerweise möglich, hier aber nicht. Denn im Audi Sport Seifer, der 8 LMS E-Cup, da gibt es ein Baseline-Setup. Das Setup wird vorgegeben natürlich von der Rennkommission. Das ist ein Standard-Setup und damit muss jeder fahren. Das heißt, es wird nichts eingestellt, außer vielleicht ein Fahrzeug, ein bisschen ABS oder natürlich Traktionskontrolle oder sonst etwas. Ansonsten haben alle die gleichen Voraussetzungen, nicht nur das gleiche Fahrzeug, nicht nur den gleichen Spritz, den gleichen Reifenhersteller. Nein, sondern auch die gleichen Setup-Abstimmungen. Aber wir sehen wieder, Hase, der fährt ein bisschen mehr Gas und drückt Wallmeier fast schon vorwärts. Die beiden immer noch mit einer kleinen Lücke zu dem Pulk hinten dran, der da fährt. Aber natürlich, Gute Luhumier, Nürnberg aufmerksam, was vorne passiert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Windschatten-Duelle irgendwann ein Ende finden und dann natürlich auch in Überholmanöver umgemünzt werden. Aber das kann man natürlich nicht vorhersagen. Ja, und es gibt von der Race Control tatsächlich eine Warnung an alle Fahrer. Und zwar betrifft das das Thema Track Limits. Das ist immer so eine Geschichte. Track Limits müssen eingehalten werden. Mindestens die Hälfte des Autos hier in dieser Simulation müssen innerhalb der weißen Linie sein. Wir sehen es hier bei Hase Onboard im Audi. Es ist nicht immer der Fall. Also manchmal übertreibt es die Fahrer ein bisschen hier und da zu weit raus. Ein bisschen zu viel Curb mitnehmen, komplett raus. Alles nutzen, was sie können. Vor allem Ausgang Ascari wird immer gerne sehr weit gefahren. Auch hier werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Anbremszone, zweite Schikane. Ja, hier wird auch der Curb sehr, sehr viel mitgenommen. Auch außen wird immer sehr, sehr viel mitgenommen. Dafür gibt es sogenannte Incident Points. Die kann man sammeln. Also 4X quasi gibt einen Fahrzeugkontakt, der etwas härter ist. 1X quasi ein Off-Track. Und 2X so ein Dreher. Und wir haben hinten einen Biederfahrer, der etwas gerade ausgegangen ist. Und das war Gregory Tenzen, die Nummer 52, die da mal den Abgang gemacht hat. Ja, ein bisschen übers Kiesbett rausgefahren. Hat die Kurve nicht ganz gekriegt. Leichter Quersteher wohl auf den Hinterreifen gehabt und dann einmal ins Kiesbett gefahren. Aber er fährt noch. Und das zeigt jetzt, die Reifen fangen langsam an, ans Limit zu gehen. Startnummer 239, Manuel Weibel. Der konnte davon profitieren. Den Tenzen war vorher vor ihm. Und ist jetzt mit Kino Buschmann wieder nach hinten gerutscht. Und auch Weibel muss jetzt aufpassen. Kino Buschmann ersetzt da die Attacke. Aber die Frage ist, reicht es hier vor der Kurve? Ja, sieht gut aus. Setzt sich da innen rein. Ist die Frage, wer hat den besseren Grip? Wer kommt den Speed besser raus? Ja, das sieht so aus, als ob Kino Buschmann von GTN Racing da die Speed halten kann. Da kommen auch schon die Flashes von Weibel. Der will das natürlich damit nicht einverstanden und zieht sofort wieder raus. Also die Fahrer werden jetzt langsam nervös. Und wieder das Rücküberholmanöver. Oder setzt er sich hinten dran? Wer hat mehr Speed übrig? Natürlich setzt sich jetzt hier Buschmann nach innen. Reicht vorm Anbremsen nicht mehr damit. Also abgeschlossener Überholvorgang von Buschmann. Stark gefahren. Weibel muss da tatsächlich den kürzeren ziehen. Und weiter hinten sieht man dann auch schon Maximilian Bennecke, der nur noch auf Platz 17 ist. Der kommt also richtig, richtig, richtig an. Ja, Bennecke stark unterwegs. Nur noch 13 Sekunden bis zum Leader. Der gibt richtig Knallgas. Der fährt auch Zeiten unter 1,48. Also konstant in den 1,47ern drin. Uiuiui. Ja, wir sehen wieder, die Fahrer gehen alle sehr weit raus. Also ich glaube, dass die Race-Controller irgendwann eingreift und auch Durchfahrtsstrafen verteilt. Beziehungsweise spätestens ab dem nächsten Rennen. Ganz kurz zu Felix von der Laden. Der ist hier nicht dabei. Der fährt den, äh, momentan den realen E-Cup. Aber ich denke mal, dass wir ihn auch mal in einem der nächsten Läufe mit in der Kommentatorenkabine begrüßen dürfen. Würde mich natürlich persönlich auch freuen. Und, ähm, ja, ich meine, ein bisschen iRacing fährt da selber auch. Aber natürlich, äh, die Zeit bei ihm nicht ganz so gelegen, dass er da auch trainieren könnte. Allerdings, äh, wird er dann definitiv mal bei mir vorbeischauen. Und euch will ich auch ein paar Worte da lassen. Und hinten sehen wir wieder das Überholmanöver. Jetzt fängt sie richtig an. Da geht Maiken Nürnberg in die Defensive. Aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Und da musste Marcin Skritzwerk durchlassen. Da kommt jetzt die Konterattacke. Jetzt ist die Frage, reicht das Ganze oder nicht? Wir haben wieder den Speed-Unterschied. Die äußere Bahn hat ein bisschen mehr Grip. Im Endeffekt sehen wir, das Windschatten-Duell hat sich jetzt umgedreht. Da kommt Nürnberg, setzt sich da auch nach außen. Hat immer noch so ein bisschen Overlap vom anderen Fahrzeug. Aber ordentlich reingesetzt. Und nach hinten sehen wir ein weiteres Überholmanöver. Dumbbeats, der muss sich da verteidigen gegen Beute. Da gibt es eine leichte Berührung. Und Dumbbeats dreht sich raus, macht was ganz Vernünftiges. Rotiert erstmal raus aus der Strecke. Im Kiesbett stecken bleiben kann man hier aktuell nicht. Das ist ganz praktisch. Und wir schauen uns das Ganze nochmal im Replay an. Dumbbeats im Bild. Versucht hier innen reinzustechen. Passt auch, kriegt da. Ein Stubser von der 33 mit von Florian Beute. Ja, ärgerlich für ihn auf jeden Fall. Wir machen das nochmal Onboard von Beute. Da kommt jetzt innen der Stubser. Ja, war ein bisschen eng. Hätte man anders reagieren können von beiden Seiten. Aber auch hier die Race Control. Ja, die Nummer 23 hat laut Race Control eine Stop & Go Strafe bekommen. Für 10 Sekunden. Und das kann man natürlich auch nachlesen. Die Teams können jeweils immer in der Inzidenzliste schauen, was da los war. Und das war nämlich die Kollision. Tomi Oskar hat sich da gegenüber Marcin Skripsack beschwert. Runde 1. Runde 1. Kurve 1. Runde 12. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich hier in dem Falle. Denn wir wissen ja, Skripsack aktuell auf Platz 5. Das würde für ihn bedeuten, dass er mit 10 Sekunden Stop & Go plus der Boxengasse nicht nur 24, sondern 34 Sekunden verliert. 34 Sekunden. Damit wäre er aktuell auf dem letzten Platz. Denn Efkan Birkir hat der Abstand zur Führung, das aktuelle 32, 33 Sekunden. Und das ist für Skripsack. Der hat jetzt drei Runden Zeit, diese Strafe anzutreten. Und der wird sich natürlich auch jetzt einmal ordentlich ins Denkrad beißen. Wir haben hier sehen jetzt Oskar wieder im Kampf mit Skripsack. Aber das weiß, glaube ich, nicht, dass er die Strafe bekommen hat. Dass er hier nicht kämpfen braucht. Das ist ein bisschen unnötig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber aktuell natürlich harter Kampf, harte Bandagen. Und Oskar weiß natürlich nicht, dass es da eine Strafe gab. Und wir haben auch direkt schon das Nächste, was los ist. Also die Race Control, die versorgt uns natürlich ordentlich. Und das ist der Fall, den wir gerade eben hatten. Florian Beute gegen Christopher Dambvitz ist under investigation. Die schauen sich das Ganze aktuell natürlich an. Nummer 44 weiterhin im Bild, Tommi Oskar. Und währenddessen wechseln wir einfach mal auf Jonas Wallmeier. Wir sehen es immer noch, die Top 4 sehr eng zusammen. Und danach kommen dann schon die anderen. Ich bin mal gespannt, ob Skripsack jetzt gleich auch abbiegt. Aber momentan sieht es gut aus. Und Wallmeier gleich bei der halben Renndistanz kann sich noch weiter vorne halten. Ja, wir sehen es jetzt so langsam. Die Gruppe reißt ein bisschen auseinander. Wir haben so Top 14 zusammen. Dann haben wir Christopher Dambvitz, der sich gegen Maximilian Bennecke hinten verteidigen muss. Dann Max Beyer gegen Patrick Preuß. Das Feld zieht sich auseinander. Es wird verschieden mit Sprit gespart. Oder halt auch eben nicht. Angelo Michel, Team RSO, der muss hier ein bisschen gucken. Hat hier auch Kontakt. Und wir sehen, Platz 5 geht in die Box. Damit also Michel durch. Skripsack wird jetzt ordentlich am Boden verlieren. Aber Michel muss sich hier jetzt erstmal durchsetzen. Und vorne haben wir den Führungswechsel. Sven Hase geht vorbei an Jonas Wallmeier. Wir haben es gerade gesehen beim Vorbeifahren. Da wechselt die Position jetzt also. Sven Hase vorbei. Da wurde der Spieß einfach mal umgedreht. Jetzt schauen wir einfach mal, was er hier machen muss. Und Wallmeier kann jetzt natürlich für den Rest des Rennens ein bisschen Sprit sparen. Wir schauen uns das gleich nochmal im Replay an. Aber momentan schauen wir, ob die Attacke hier kommt. Vielleicht sogar von Nürnberg. Und wir sehen es direkt, dass Nürnberg kommt. Spät, bremst in die Schikane rein. Kriegt er die Kurve noch? Ja, sieht gut aus. Uiuiui. Also damit Wallmeier jetzt nur noch auf Platz 3. Damit hat das Sass eingetreten, was ich vorher schon gesagt hatte. Dass es da eventuell enger wird. Jetzt schauen wir uns nochmal das Manöver an, was wir da hatten. Da sehen wir Windschatten-Duell. Wallmeier gegen Hase. Hase kommt, drückt weiter aufs Gras. Setzt sich da konsequent nach innen und fährt noch vor dem Bremspunkt vorbei. Aber es wirkt so ein bisschen, als ob Wallmeier Hase da Platz gemacht hätte. Hase sehr spät auf der Bremse. Er kommt fast nicht vorbei. Ja, der schießt vorbei. Also Wallmeier da sehr früh. Der Bremse ist sehr früh im Coast. Nur noch da ist Nürnberg schon dabei und versucht da durchzukommen. Damit neue Führung. Sven Hase. Das erste Mal Führungswechsel hier. Und gleich Wallmeier verliert fast noch einen nächsten Platz. Nämlich gleich in die Parabolika. Ist nämlich schon unter Angriff von Tommy Oskarte. Der direkt hinten dran steht. Im Windschatten. Auch sein Teamkollege da hinten dran muss schauen. Denn der wird gleich. Genau, Oskarte wird überholt von Michel. Butelou ist dran an Nürnberg natürlich. Also Anschluss Michel von Team Irish. Sauen wir jetzt auf Platz 5. Ja, wir haben jetzt gesehen. So langsam ist die Geduld der Fahrer zu Ende. Dann sehen wir wieder. Überholmanöver hier und vorne. Da wird versucht. Da wird getried. Aber es reicht am Ende nicht. Wir haben also aktuell Hase, Nürnberg, Wallmeier, Wüthel, Michel und so weiter. Ah, und ich würde sagen, zur halben Stunde gehen wir dann einmal ganz kurz die Top 8. Durch von den Positionen, die momentan vorne sind. Auf dem ersten Platz. Da haben wir Sven Hase aus der Pro-Kategorie. Alle fahren mittlerweile. Zweiter Platz dann Mike Nürnberg. Gefolgt von Jonas Wallmeier. Jerry Butelou auf Platz 4. Tommy Oskar auf 5. Nachdem er jetzt gerade vorbei ist an Angelo Michel. Genauso wie Florian Beute. Der ist auf 6. Angelo Michel dann nur noch auf 7. Und Tom Valentini auf 8. 30 Minuten Action auf Monza hatten wir schon weitere 30. Würde es geben. Ja, und Angelo Michel, der muss jetzt gucken, dass er sich gegen Tom Valentini von Williams Team E-Sports verteidigen kann. Dann Onboard mit Michel auf dem Audi auf den Blick nach hinten verliert hier auch ein bisschen Boden. Die Grip-Level, die lassen etwas nach gerade im Moment. Anfahrt, Parabolica, Valentini, saubere Linie. Ordentlich den Speed mitnehmen. Und ordentlich rausbeschleunigen hinter außen ein bisschen was mit. Fährt ordentlich über den Körb, denn die äußerste Linie. Du willst natürlich so viel Speed mitnehmen, wie du willst. Wir haben natürlich Fahrer wie z.B. Otterbach, wie z.B. Reichert. Und natürlich auch war Manuel Beibel, der sich hier im Verteidigen ist. Wir sind Onboard mit Max Bayer von der Simracing Academy, bzw. nein, wir sind Onboard mit Patrick Preuße, der hinter Max Bayer fährt von der Simracing Academy. Und wir sehen natürlich hier die Pro, die Pro-M-Wertung, die fahren zusammen unterwegs, die sind unterwegs. Wir haben einige Ausfälle, gerade in der Pro-M sind auch schon. Und wir sehen es oben, Oliver Beyer, Tim Stibani, Rainer Fiebel, die alle schon 16 Runden zurück. Da also auch sehr, sehr ärgerlich für die. Aber Max Bayer gut dabei, Gesamtwertung auf Platz 16. Und wir werden auch nach den Rändern sehen, wie es insgesamt ausschaut. Aber eher relativ stark unterwegs. Platz 16 nämlich innerhalb dieser Pro-Klasse unterwegs. Und auch Jeno Bilders, Platz 18 von germansimracing.de. Natürlich in der Pro-M-Klasse nimmt hier ein bisschen viel Keyspack mit, für meinen Geschmack. Also da auch Wienentreue wichtig, wichtig hier. Denn wir sehen es auch gleich wieder in der Ascara. Der wird auch sehr weit außen gefahren. Und da kann man sich dann diese Incident-Points sammeln, die man nicht haben will. Man hat es erwähnt, es gibt zwischen 0 und 4x. So nennt sich das Ganze. Wir haben hier Onboard gehen im Kampf Marvin Otterbach gegen Marc Reichert. Einer der Kämpfe in der Pro-M-Klasse, die doch noch interessanter werden können hier im Verlauf. Sonnige 26 Grad haben wir es hier auf dem Autodrom. Und nationale Monza-Strecke immer noch knackig heiß. Mittlerweile allerdings schon 10 Grad weniger fast als im Training. Noch 36 Grad Streckentemperatur. Wind geht auch einigermaßen. 7 kmh, also auch nicht so der Faktor. Aber wir sehen es, die Autos sind am Rutschen. Die Autos ziehen weit raus. Muss man schon aufpassen, dass sie sich da in der Parabolika nicht dreht. Oder am Ausgang eben von einer der Schikanen oder gar der Ascari. Wo wir auch schon einen der Bielerfahrer neben der Strecke gesehen haben. Der sich auch da das Auto fast noch ein bisschen dabei beschädigt hat. Und währenddessen Reichert versucht natürlich an Otterbach dran zu bleiben. Race Union gegen Glowing Disc Motorsport. Also Teams von Race Union sind natürlich auch im echten Motorsport vertreten. Haben dann irgendwann angefangen auch eine E-Sports-Branche zu gründen. Das gleiche gibt es natürlich auch bei SorgSorg Rennsport E-Sports. Ja, auch hier der Kampf Sim Racing Academy gegen Human Sim Racing Blue. Marcel Fritsch muss sich da verteidigen von Fabio Unverdruss. Der wohl denke ich hier Hütplätze gut gemacht hat. Ist auf Platz 40 gestartet als letzter hier im Feld. Seine Zeit auf Monza nicht ganz so gut. War auch relativ alleine da unterwegs im Qualifying. Und kann jetzt erstmal zeigen, was sein Windschatten-Duell drauf hat. Elf Plätze gut gemacht bisher. Frage ist, werden es zwölf? Und die wird auch hier gleich beantwortet. Mit dem leicht rostigen Audi von Sim Racing Academy hier unterwegs. Unverdruss. Versucht natürlich schön ranzukommen an Marcel Fritsch. Marcel Fritsch, der muss auch aufpassen. Er hat selber keinen Windschatten, der Newman-Fahrer. Er ist hier mit der Startnummer 7 unterwegs. Und vielleicht mit etwas Glück kommt er an seinen Teamkollegen ran, der weiter vorne fährt. Mit der Startnummer 52. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Nee, natürlich nicht 52. Sondern natürlich 92. Jörg Kurochitz. Aber ein bisschen abgeschlagen. Kann nicht ganz dranbleiben. Oh, da gibt es dann überhaupt immer nur Maximilian Beneke. Der geht hier ordentlich durchs Feld. Platz 13 mittlerweile. Musste nachstarten. Nachdem er Verbindungsprobleme direkt am Start hatte. Mittlerweile von der 40 vorgefahren auf 13. Und ist da hart im Kampf mit dem Bielerfahrer. Mit Gregory Tenzen, der eben vorhin außen übers Feld gefahren ist. Und kämpft sich jetzt wieder weiter vor. Aber auch hier die Frage, wie schaut es aus mit seinem Spritmanagement? Wie schaut es aus mit seinem Reifenmanagement? Der gibt so viel Gas. Von Bord mit Beneke, der jetzt natürlich auf der Jagd nach Weibel nach vorne ist. Wir sehen es. Zwei Sekunden in Runde 17 schneller. Immer noch fast eine ganze Runde 18. Letzte Runde eine halbe Sekunde natürlich wegen der Zweikämpfe. Manuel Weibel, der muss sich jetzt schon umschauen. Der Team-RSO-Fahrer. Wir sehen es hinten auf dem Heck. Das blau-weiße Design. Natürlich PRT auch im blau-weißen Design unterwegs. Jetzt kommen wir durch die zweite. Lesmo durch. Auch hier schön sauber innen, mitten im Außen. Wird beide rausgefahren. Teilweise ein bisschen übers Kies. Und jetzt schaut euch diesen Windschatten an. Also dieser Junge, der fährt hier wirklich mit Knallgas. Kann sich da innen reinsetzen. Kann da versuchen durchzukommen. Und ich denke auch durch seine Art und Weise. Er fährt sehr aggressiv. Bremst sehr, sehr spät. Das wissen natürlich auch die anderen Fahrer. Die kennen ihn natürlich vom iRacing-Service. Und da kann er sich vor Ascari noch vorsetzen auf Platz 12. Jetzt ist die Frage. 24 Minuten sind es noch bis zum Ende des Rennens. Wie weit kann Beneke vorfahren? Kann er tatsächlich noch die Gesamtführung an sich reißen oder eher nicht? Ist er doch in diesem großen Pulk zwischen Platz 5 und 15 unterwegs? Ja, gestoppt sollte normalerweise nicht werden. Wir haben hier eine schöne Start-Zielansicht. Sven Hase kommt durch. Mike Nürnberg wird durch. Kommt Jonas Wallmeier und Jeremy Boutelou. Dahinter dann Tommy Oskat und Florian Beute. Gefolgt von Angelo, Michel, Tom Valentini und Hübela. Hübela einer der einzigen eigentlich, der hier tatsächlich auf P9 auch gestartet ist und aktuell auf P9 unterwegs ist. Also hat seine Plätze gehalten. Auch Guterou Platz 4, dem wir gerade hier folgen. Auch er ist von Platz 4 gestartet. Dementsprechend gar nicht so schlecht. Ja, die Führung, die hat sich so abgereißen lassen. Der Tommy Oskat fällt weit zurück. Ich denke mal auch, dass das ein Grund ist, hier mit dem Spritsparen, mit dem Reifensparen. Das ist immer, immer wirklich wichtig. Wir haben ihn hier im Bild. Der wird auch verfolgt von zwei Gym-Fahrern. Dann hat Florian Beute das Auto fast noch weg. Entschuldigung, Angelo Michel, das Auto fast noch weggeworfen hier. Das Startnummer 69. Von mir immer sehr, sehr weit raus. Also ich bin mal gespannt, wann die Rennleitung da tatsächlich was macht gegen diese weiten Track Limits. Ja, fast schon Auswüchse, die sie hier nehmen. Die Strecke schon fast verlängert. So wie wir die IndyCar gesehen haben auf Cota, auf Circuit of the Americas. Da ist ja auch ein bisschen weit rausgefahren. Die Linie sehr, sehr interessant dort genommen. Aber hier gilt natürlich zwischen den weißen Linien, da ist die Strecke. Aber Bennecke, Platz 12. Was kann er noch reißen? Er trägt die Startnummer 1. Sie durfte sich natürlich aussuchen. In der ersten Saison gilt das natürlich noch nicht mit den Startnummern. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein leichter Anflug von fast schon so ein bisschen... Hallo, ich bin hier. Ich bin es. Ich zeige euch jetzt, was ich drauf habe mit der Nummer 1. Weiter vorne allerdings Nürnberg. Der zeigt auch, was er drauf hat. Platz 2 mittlerweile, nachdem er ja Jonas Wallmeier überholt hat. Der allerdings wieder dran ist und natürlich wieder versucht zu überholen. Allerdings im Windschatten. Keine Chance für ihn. Steht da raus. Später auf der Bremse. Auch Wallmeier damit wieder vorbei an Nürnberg. Und damit Nürnberg wieder nur auf dem dritten Podestplätzchen. Aber ich habe so das ganz leichte Gefühl, dass da noch nicht alles vorbei ist. Und vor allem Bute, du hinten dran. Der schaut sich das erstmal noch ein bisschen an. Der wartet, glaube ich, noch so ein bisschen ab. Denn der ist der Einzige... Der da tatsächlich noch keine großen Manöver probiert hat hier in diesem Fall. Und wir lauschen dem schönen V10-Sound der Audi R8 LMS-Fahrzeuge, die sie hier einmal bei uns vor der Tür um die Kurve fahren. 20 Minuten haben wir noch circa. Währenddessen hat Sven Hasel immer noch die Führung. Es gibt auch ein Live-Timing auf racepot.tv slash timing. Da habt ihr die ganzen Zeiten, die die Fahrer da hinsetzen. Da habt ihr die Abstände und alles. Das seht ihr auch bei uns in der YouTube-Videobeschreibung. Da schön einmal draufklicken. Und dann könnt ihr eurem Lieblingsfahrer auch nochmal genauer folgen, auch wenn er nicht im Bild ist. Währenddessen Jörg Koroschetz von Human Sim Racing. Der ist an Marcel Ekbars dran. Und der Marcel Ekbars wiederum, der ist dran an Florian Bundschuch. Die drei, die kämpfen auch schon eine gewisse Weile. Und ich habe das Gefühl, dass auch da langsam so ein bisschen die Lust hinterherzufahren ausgeht. Und auch da das Überholmanöver früher oder später gesetzt wird. Und spannend ist es nur zu sehen, ob alle jeweils im Dirty Air natürlich durch die Ascari zu fahren. Dirty Air macht natürlich bei GT3-Wagen nicht so viel aus, aber natürlich ein bisschen. Zur Erklärung, Dirty Air bedeutet, du hast vom Vordermann normalerweise beim Freifahren, da hast du Anpressdruck. Da hast du die freie Luft, die da kommt. Aber hier natürlich in diesem Fall, wenn du hinterherfährst, da kommt die Luft nicht so, wie sie soll, auf den Heckflügel. Da kommt die Luft nicht so, wie sie soll, auf die ganzen kleinen Finnen, die am Auto drumherum sind. Und können natürlich nicht den entsprechenden zusätzlichen Anpressdruck zum mechanischen Grip liefern. Oh, jetzt Windschatten-Duell. Koroschetz gegen Ekbers. Wird sich Koroschetz hier durchsetzen können in der ersten Schikane spätbremsen? Oder hat Marcel Ekbers schon seine Verteidigung geplant? Vielleicht, aber auch nur vielleicht, desmaßen Ekbers ihn ja vorbei, um ein bisschen Sprit zu sparen, weil ich das fast nicht glaube. Spätes Manöver von Koroschetz, sauber durchgeführt, bleibt vorne, gut mitgespielt hier von Ekbers. So kann das Ganze auch aussehen, ohne Berührung. Und damit Ekbers jetzt auf 27. Ja, unsere Roofcam auch immer sehr schön zu sehen. Man sieht, hier fliegt Kies durch die Gegend ohne Ende. Ein bisschen leichter Hauch von London Innenstadt, der da ein bisschen aufkommt. Auf der sonnigen Strecke hier in der Nähe von Mailand. Und wir sehen es auch hier wieder, hier wird immer so ein bisschen Kiesbett mitgenommen. Wir haben aber auch gesehen, dass sowas ganz, ganz schief kam, raus kann aus der zweiten Schikane, aus der zweiten Lesbon, Verzeihung. Wir haben es gesehen, da wurde ein bisschen zu viel mitgenommen. Jetzt kommt auch gleich schon wieder der nächste Angriff in dieser Dreierkampfgruppe. Koroschetz will nämlich jetzt auch sich gleich Florian Buntschuk schnappen. Aber wir schauen uns mal gleich an, was vorne weiter abgeht. 92 also Koroschetz, der schnappt sich jetzt Buntschuk jeden Moment in der Startnummer 88. Und ich denke, das passiert entweder jetzt gleich in der Parabolika oder spätestens in der ersten Kurve. Ja, Koroschetz, gut Überschuss, zieht raus. Ungefähr hier kommt jetzt die Bremszone, 100 Meter Schild. Setzt sich nach innen, die Frage ist aber, reicht es? Ja, es reicht und jetzt muss natürlich auch Buntschuk aufpassen. Denn Ekbers, der wird jetzt auch ordentlich Überschuss haben. Also in der Parabolika, da willst du nicht überholt werden. Oh, da wird ordentlich zugemacht. Da will natürlich im Windschatten geblieben werden. Und jetzt hat Wunschuk natürlich Ekbers nur die Möglichkeit, hier außen in den Angriff zu gehen. Und jetzt, oh, Freewide wollt ihr das wirklich probieren? Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass das funktioniert. Ja, da geht Ekbers auch ein bisschen vom Gas. Das will er nicht ganz so riskieren. Denn in der ersten Chicane geparkt kriegst du vielleicht drei nebeneinander. Aber in dem Speed, in dem die Jungs hier unterwegs sind, um die 120 kmh, langsamster Punkt, vielleicht 80 kmh, ist es dann doch ein bisschen enger. Vor allem mit der optimalen Linie. Und wirkt es dann fast schon eher, als würdest du im Bus fahren, so wie du das Lenkrad drehen musst. Der Kampf hier also noch nicht vorbei, Ekbers. Der will natürlich zeigen, was er kann. Der will natürlich weiter nach vorne. Der will Punkte sammeln in der Pro-M-Wertung. Denn die müssen auch natürlich durchfahren. Die wollen die Punkte haben. Wir haben mehrere Rennen natürlich. Wir haben vorhin die Kalender, den haben wir gesehen. Es gibt mehrere Rennen. Das nächste ist dann in circa drei bis vier Wochen zu sehen. Aber der ein Stand soll natürlich auch zeigen, möglichen Sponsoren vielleicht auch fürs Team, zeigen, was man so kann. Und auch natürlich gleich mal ein Statement setzen gegenüber den anderen Fahrern. Ja, und wen haben wir hier im Bild? Maximilian Benecke. Der ist mittlerweile auf Platz acht. Also, unglaublich, was der hier mal treibt. Auf eins hätte er starten sollen. Ist dann leider disconnected. Schnell wieder zurück in die Simulation. Schnell wieder hinter das Steuer. Und legt hier gerade eine unglaubliche Hatz und eine unglaubliche Jagd wieder auf die Führung hin. Und gleich hier der mögliche Angriff in Schikane 2. Wir werden es sehen. Vorne sehen wir Sven Haase, der vorweg fährt, beziehungsweise Jonas Wallmeier, der wieder die Führung gekriegt hat. Wir sehen jetzt die Nummer drei. Nein, die Nummer 239 sind Under Investigation. Das sind Ljubimir Schiewicz und Maonell Weibel. Da gab es wohl eine Situation, die sich natürlich angeschaut wird von der Rennleitung. Die Race Control hat tatsächlich selber die Situation gesehen. Ljubimir Schiewicz also hat in Runde 24 in der Skari wohl nicht ganz sauber gearbeitet, was seinen Boliden angeht. Währenddessen Wallmeier wieder in der Führung. Könnte sich diese Runde wieder den Platz nehmen von Sven Haase, der jetzt auch wieder aufpassen muss. Denn Nürnberg, der schaut weiter hinzu und auch Boutelou. Die beiden, die gucken sich das Ganze noch so ein bisschen an, warten noch auf ihren Moment. Und jetzt so in den letzten 15 Minuten müsste es losgehen, so langsam, was das Ganze angeht. Es müsste langsam anfangen, hier seinen Statement eben zu setzen. Zu zeigen, dass man eben die Sache hat gegen Platz 1. Zu zeigen, dass man die Speed auch hat, um hinterher zu kommen. Und hinten dran dann die Kampfgruppe mit Tommy Oskar und Maximilian Benecke. Also Benecke sehr, sehr stark unterwegs, legt ja auch Zeiten hin wie sonst einer. 1,47, 284, wie gesagt, wir sehen es oben, Fast Slap von ihm. Währenddessen die schnellste Runde letztes Mal um die Strecke war Christopher Dambic mit einer 1,47, 4,39. Also auch er findet so ein bisschen seinen Speed. Wir sehen hier die Kampfgruppe um Oskar. Der muss ein bisschen gucken, denn Benecke, er kennt ihn. Sie kennen ihn tatsächlich. Also Benecke, er fährt auch in der Pro League mit hier in iRacing, in der Pro World Championship Series. Und der Typ ist einfach schnell. Man muss es sagen, überall wo ich ihn gesehen habe, war er einfach schnell unterwegs. Sei es die Sim Racing Expo, sei es der Porsche Sim Racing Summit, wo er natürlich auch angetreten ist, live und vor Ort vor Publikum. Da kommt der Angriff vor der Ascari jetzt eventuell. Ja, er setzt sich innen rein. Wir wissen, Benecke, der bremst hier sehr spät. Da lässt natürlich Oskar so ein bisschen Luft, denn er will natürlich auch sauber durchkommen. Aber Benecke damit durch und damit freie Fahrt nach vorne. Drei Sekunden hat er jetzt Abstand auf Jeremy Butelu, auf den nächsten VHS Coanda Sim Sportwagen. 13 Minuten Zeit hat er jetzt, um die Führung eventuell noch an sich zu reißen. Es wird, glaube ich, schwierig für ihn, keine Top 3 zu erfahren, wenn jetzt alles für ihn läuft, wobei er natürlich jetzt keine Windschatten mehr hat. Er muss jetzt frei fahren, er muss schauen, dass er von hinten keine Attacke kriegt. Und vor allem muss er schauen, dass sein Sprit und seine Reifen auch durchhalten bis zum Schluss. Denn wir haben es vorhin erwähnt, es reicht nicht ganz, das komplette Rennen durch Vollgas zu geben. Und es reicht auch nicht ganz, die Reifen immer komplett zu verschleißen, bei 40 bis jetzt mittlerweile 34 Grad Celsius. Ja, natürlich, Benecke, auch im Audi-Track, ist natürlich auch an der GT500, der GT500, der GT500, der Audi gefahren, hat er damit gewonnen auf dem Nürburgring. Aber damit, wissen wir, ist auch, glaube ich, einer der einzigen Fahrer mit um die, ja, mit 10.000 iRating. Also der Junge, der hat richtig Dampf. Jetzt mal als Beispiel, sehr, sehr hohes iRating doch schon, also das ist die Bewertung bei iRacing, sehr, sehr hoch, ist schon 8.291 von Jonas Wallmeier. Aber Benecke, der hat 10.000. Das Durchschnitt übrigens, das Durchschnittsfeld hier hat 4.238 nicht. Das ist also auch der Durchschnitt zwischen dem höchsten und dem niedrigsten, den wir hier haben. Oh, da geht er ein bisschen weiter, hoppelt er über das Gras. Fängt sich aber nochmal, das Auto hätte hier sehr, sehr stark ausbrechen können. Das wäre fast die Chance gewesen für Oskar, da nochmal zurückzuschlagen. Benecke also sichtlich unter Druck. Die Reifen, die hier auch sichtlich einbrechen. Bei Maximilian Benecke gerade. Da sehen wir es direkt, die Lücke ist sofort geschlossen. Oskar ist wieder dran, direkt dahinter Angelo Michel und Florian Beute. Währenddessen hat die Startnummer 3 eine Stop-and-Go-Strafe bekommen, die auch schon abgeleistet wurde. Das war eben Lubomir Schiewitz und zwar hatte die bekommen für Causing a Collision, laut der Leitung. Ja, mega ärgerlich, Stop-and-Go, willst du nicht unbedingt haben. Reinfangen, kurz stehenbleiben, wieder losfahren, da verlierst du mehr als nur diese 23 Sekunden Pit-Time. Und wir haben hier wieder den Kampf um die Führung. Sven Hase gegen Jonas Wallmeier. Ja, und es sieht so aus, als ob Sven Hase wieder einmal die Nase vorn hätte. Auf der Außenseite, diesmal in Anflug auf die Schikane und direkt auch hinten dran hat Jeremy Boutelou sein Glück versucht. Reicht nicht ganz für Hase, aber Nürnberg ist sofort dran in der Situation, versucht sofort vorbeizukommen. Da ist natürlich Sven Hase nicht ganz so glücklich mit der Situation, hat er etwas wenig Platz gehabt. Leifflasht hier und da, natürlich auch um den Gegner abzulenken, aber Nürnberg nun in Schlagdistanz. Oh, da kommt wieder der Angriff von Hase auf der Außenseite, wird wieder nicht reichen, macht aber ordentlich Druck. Und dieser Zeitverlust im Zweikampf, den man natürlich immer hat, das könnte jetzt bedeuten, denn er kommt nicht ganz so gut aus der Kurve raus. Jetzt, dass Nürnberg jetzt hier gleich seine Chance hat, oh, da wird aber hier viel hin und her gefahren. Da muss er ein bisschen aufpassen, dass sich da die Race Control nicht eventuell drauf stützt und da ein bisschen mal was anmerkt, was dieses Hin- und Herfahren angeht. Dieses Verteidigen über mehrere Linien ist eigentlich nicht so ganz gesehen, auch hier wieder sehr weit raus. Man merkt also, Hase, der ist absolut am Limit. Ja, Nürnberg sichtlich entrüstet aktuell. Ein bisschen Abstand wieder auf das Auto bekommen. Nach dessen, Butelu hinten natürlich immer noch am Zuschauen, immer noch am Abwarten für seinen Moment. Optimalerweise will das natürlich in der letzten Kurve am liebsten schaffen. Ja, das sehen wir schön. Alle fahren in der Kette hinterher. Der Erste gibt die Linie vor und alle anderen zopp, 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 direkt hinten ran. 9 Minuten und 30 Sekunden noch zu fahren. Hier läuft es so, wenn die Zeit abläuft, die Runde, in der die 0 Sekunden erreicht werden, das ist auch die letzte Runde. Oh, und da fährt Hase weit raus, nimmt da viel Schwung mit. Oh, die Frage, ob das wirklich so unglaublich fair ist, was da gefahren wird. Wieder das Windschatten-Duell. Wallmeier muss da schauen, bleibt auf der Innenseite dieses Mal ein Hase. Wieder raus auf die linke Seite, auf die vermeintlich schlechtere Seite. Oh, muss da ein bisschen rüberziehen, um die Kollision zu vermeiden. Aber auch hier kann Wallmeier sich wieder durchsetzen, aber reicht es diesmal? Hase ist durch und auch Nürnberg ist jetzt direkt neben Wallmeier. Das würde jetzt nochmal eine enge Kiste. Ja, Nürnberg muss da ein bisschen zurückstecken. In diesem Falle hängt sich wieder in den Windschatten rein von Jonas Wallmeier. Ja, und Hase mit einem unglaublich starken Manöver natürlich erstmal außen, dann innen. Verteidigt hier hart auf der Innenseite. Das ist kein Millimeter Platz mehr oder fast die Kollision. Ein leichter Berührer. Das wäre ein wirklich massiver Abschuss geworden mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, dass diese beiden Fahrzeuge definitiv auf den Fahrzeugfriedhof geschickt hätte. Aber Wallmeier gibt noch nicht auf, versucht sich über die äußere Linie ein bisschen mehr Schwung für den Kurvenausgang mitzunehmen. Reicht die nicht ganz. Bleibt aber weiter gerade. Und Nürnberg, immer wieder versucht er es, diesen Zweikampf auszunutzen, aber es reicht überhaupt nicht für ihn. Und Butelu, der fährt auch noch weiter hinterher. Der schaut, was er da dran bleibt. Will natürlich nicht verwickelt werden in einen Unfall. Denn wenn es da jetzt gleich kracht, dann sind Mike Nürnberg und Jeremy Butelu tatsächlich die lachenden Dritten. Und auch die Reifen ein Thema. Wir sind jetzt acht Minuten vor Schluss. Was machen die Reifen? Was macht der Sprit? Ja, Nürnberg fährt ein bisschen weit raus. Wenicke weiterhin nicht mehr dabei. Fünfter Platz. Der kommt also auch gleich in diesen Zweikampf rein. 1,6 Sekunden noch. Da hinten sehen wir ihn. Ah, wenn die da vorne weiterhin solche Zweikämpfe machen oder drei oder sogar vier Kämpfe. Denn jetzt kommt auch noch der Angriff von Butelu. Setzt sich hier neben Mike Nürnberg. Und auch Wallmeier versucht es wieder. Zweimal zwei ist vier. Und Butelu kann sich da auch durchsetzen. Macht jetzt zu für Nürnberg. Und Nürnberg die bessere Linie. Mehr Grip. Natürlich jetzt erstmal Butelu auf der Innenseite. Und Wallmeier und Hase, die bleiben nebeneinander. In Richtung zweite Schikane. Natürlich Hase auf der etwas besseren Seite aktuell. Aber wenn Wallmeier dranbleiben kann, hat er die Innenseite für sich. Genauso Nürnberg. Und dann macht Hase Knaller zu. Zwingt Wallmeier hier auf die Außenseite. Oh, leichte Kollision zwischen Nürnberg und Butelu. Aber alles im grünen Bereich. Auch zwischen den beiden ist noch nicht alles ausgesprochen. Denn jetzt denkt sich Jeremy Butelu. Jetzt ist genug. Jetzt nehme ich mir die Position. Kann sich erstmal vorsetzen. Hat ja einen leichten Quersteher. Kann sich aber noch fangen. Und damit Beneke jetzt absolut dran am Feld. Kommt der Rückangriff Nürnberg wieder einmal dran. Oh, da versucht Butelu hinzuzumachen. Da war der Nürnberg aber schon da. Das hat fast hier einen heftigeren Unfall gegeben vor Ascari. Muss Nürnberg aber nochmal Butelu durchlassen. Der Sorgrennsport-E-Sports-Fahrer. Und wir sehen es. Da kommt Beneke. Aber die Race Control hat gegen Beneke natürlich eine Strafe bzw. eine Warnung verhängt. Track Limits. Zweite Warnung mittlerweile. Nürnberg wieder außen. Probiert es wieder. Das ist natürlich die schlechtere Linie. Und damit hilft Butelu unbewusst Maximilian Beneke. Der jetzt schon dran hängt. Jetzt im Windschatten ist. Weil da vorne sehen wir es wieder. Weil Mayer versucht immer noch an Hase dran zu bleiben. Wird natürlich nicht reichen. Aber was kann Nürnberg jetzt machen? Der auf der Innenseite ist. Jedenfalls in dem ersten Teil der Schikane. Und Beneke. Der hängt hier hinten dran. Ist aus der Box gestartet. Und da versucht er den Angriff. Gehen Free-Wide hier. Richtung erste Schikane. Beneke kann sich da nochmal zusammenreißen. Vorne die Führung. Weil Mayer schiebt da ordentlich. Kein Platz mehr für Hase. Der Bus da müssen zurückhalten. Und auch Butelu, Nürnberg und Beneke sind hier im Dreikampf. In den letzten fünf Minuten des Rennens hier. Des ersten Laufs vom Audi Sport Seifer. Der 8 LMS E-Cup auf Monza. Ordentlich unterwegs Butelu immer noch vor Beneke. Denn der greift jetzt natürlich auch hart an. Nürnberg schneidet ihn da so ein bisschen den Weg ab. Nicht alle Fahrer hier in Racing Seeds unterwegs. Und da haben wir jetzt weiter in den Kampf. Und da kommt jetzt Beneke. Da kommt Beneke und zeigt Butelu, wo hier sein Audi steht. Verweist ihn jetzt auf den Platz. Immer noch nebeneinander durch die zweite Lesmo. Butelu geht dann ein bisschen den Platz aus. Beneke lässt ihm aber ordentlich Platz. Sehr, sehr fair gefahren. Oh, da muss er verteidigen. Da kommt auch noch Angelo Michel mit durch. Der versucht hier auch noch seinen Platz sich zu ergattern. Natürlich diese Zweikämpfe. Vor allem in den langsamen Kurven. Da staut sich das Feld. Und jetzt haben wir auf einmal 8 Leute, die um Platz 4 kämpfen. Aber Beneke aktuell erstmal durch. Nürnberg so ein bisschen alleingelassen. Zwischen zwei Stühlen. Das Fingernägel kauen. Der Team Chefs greift immer mehr um sich. Denn jetzt kommt auch Angelo Michel mit der Attacke auf Bute. Hier bei den Pros. Da geht es ordentlich rund hier vorne. Kann sich Michel durchsetzen. Und dann hat Butelu mehr Speed. Natürlich Michel jetzt im Windschatten von Beneke vor ihm. Und da kommt auch gleich schon der Angriff von Tom Valentini. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind die Jungs alle wach geworden. Jetzt haben sie gesehen, okay, der Sprit reicht bis zum Schluss. Jetzt wird gepusht. Aktuell also. Wallmeier, Hase, Nürnberg, Beneke, Butelu. Und es sieht doch so aus, als ob Wallmeier ein bisschen weiter wegfahren könnte von Hase. Die behalten unseren Blick aktuell auf Angelo Michel. Der fährt hinterher. Hinter Butelu. Kann aber eventuell zeigen, dass er hier doch ein bisschen mehr kann, als nur Windschatten fahren. Wir sind on board mit der Nummer 8 von Jeremy Butelu im VHS-Coanda-Simsport-Audi. Nicht alles Audi. Aber auf Jagd, der Maximilian Beneke. Aber wir sehen es im Zeitenvergleich. Keine Chance, da auch nur irgendwie hinterher zu kommen im Long Run. Muss natürlich hoffen auf Fehler von Beneke. Und jetzt wird es nochmal spannend, zweieinhalb Minuten noch zu fahren. Kann Beneke hier noch Platz 3 für sich einhalten. 1,3 Sekunden trennen Beneke von Nürnberg. Spät hier, gebremst von Butelu. Sehr, sehr spät. Schaffte die Kurve trotzdem noch sehr, sehr sauber hier. Nimmt ordentlich Speed mit raus, außer Parabolika. Und da kommt schon das Duell weiter hinten auch. Ballettini gegen Michel. Oh, Ballettini gegen Michel. Michel hält hart dagegen. Ist jetzt auf der besseren Seite. Sieht gut aus. Ballettini wird ein bisschen rausgedrängt. Natürlich immer noch fair gehalten. Da war genug Platz. Jetzt wird es nochmal eng, Windschatten-Duell. Richtung zweite Schikane. Später Anbremspunkt direkt unter dem Tunnel. Natürlich ein bisschen verschoben. Und natürlich will jetzt auch hier Tomi Oskart von VHS Coanda Simsport mitspielen. Der hat sich das lange genug angeschaut. Und da ist der Dreher und der Kollision. Oh, ein harter Überschlag hier. Schwerer Unfall. Beide Williams-Jim-E-Sports-Fahrzeuge betroffen. Und natürlich Coanda Simsport, der da wohl etwas bisschen viel wollte, den inneren Radkasten hinten getroffen hat. Das ist natürlich absolut ärgerlich. Damit der Kampf für Oskart natürlich erstmal beendet. Wir haben auch hier ein beschädigtes Auto langsam neben der Strecke. Und das ist ein Schubert Motorsport-Wagen. Währenddessen die Führung weiterhin. Ja, Oskart. Platz 11. Und da vorne steht das Fahrzeug von Schubert Motorsport, so wie es aussieht. Stellen das Fahrzeug ab. Ärgerlich. Aber hier weiterhin der Kampf. Benicke nur auf Platz 4. Wünscht sich natürlich einen Platz mehr. Aber Mutulu kann jetzt wieder ein bisschen aufholen natürlich im Windschatten. Vor allem auch jetzt, wo die Reifengeschichte zu tragen kommt. 17 Sekunden noch zu fahren. Wallmeier hat die Runde noch begonnen. Damit sind wir jetzt auch auf der letzten Runde. Gleich haben wir es offiziell. Noch 10 Sekunden. Bis die Uhr weg ist. Und Hase probiert es nochmal. Hängt nochmal dran. Aber Butelu. Der schiebt da Benicke an. Push to pass. Vorbei an Maximilian Benicke. Und auch Angelo Michel konnte durchrutschen. Und Benicke ist sichtlich nicht glücklich über diese Situation. Ja, da hat er sich vorbeigeschubt. Und da kommt auch schon der Eingriff von Sven Hase auf Wallmeier. Kann sich da halten. Leichte Kollision zwischen die beiden. Und da ist der Dreher von Sven Hase und Wallmeier. Und da nimmt er noch den Sorgfahrer mit, Mike Nürnberg. Damit hat sich das Thema um die Führung für Nürnberg erledigt. Genauso für Sven Hase. Und das wird sich die Rennleitung ganz genau anschauen. Durchfahrtsstrafen wird es nicht mehr geben. Aber natürlich könnte das das Rennergebnis noch einmal ändern. Wallmeier immer noch auf Platz 1. Butelu auf Platz 2. Michel auf Platz 3. Butelu und Michel definitiv die Gewinner dieser Situation. Doch die 22 kriegt noch mal eine Stop-and-Go-Strafe. Aber wir bleiben auf Wallmeier. Wir sind im Hintergrund. Benicke hängt an Michel dran. Hat er vielleicht noch die Möglichkeit, auf Platz 3 vorzukommen? Währenddessen aber Jonas Wallmeier kommt noch einmal. Um die Kurve noch einmal über Start und Ziel. Und damit ist Jonas Wallmeier der erste Sieger im ersten Rennen des Audi-Sports Seifert R8 LMS E-Cup vor Jeremy Butelu, Angelo Michel und Maximilian Benicke. Für den hat es nur gereicht für Platz 4. Ja, Gregory Tenzen und Tobias Hübler. Die kommen auf den Plätzen 5 und 6 ins Ziel. Sven Hase rettet es noch auf den 7. Dann bietet es natürlich vorgekommen auf 8. Und für den Mike Nürnberg reicht es gerade mal noch für eine Top-10-Position. Was für ein Rennende hier. In den letzten 5 Minuten war fast mehr los als in den ersten 20. Aber gehen wir zu den Rennergebnissen. Natürlich aktuell noch unofficial, bis die Rennleitung sich entschieden hat. Die Ergebnisse findet ihr dann, die endgültigen, auf Audi R8 minus ik.eu. Jonas Wallmeier also der Sieger in der Pro-Kategorie. Tobias Hübler von Vila Racing der Sieger in der Pro-M-Kategorie. Und die bekommen wir natürlich auch gleich ins Interview. Jeremy Butelu auf 2, Angelo Michel auf 3. Mike Nürnberg, der schafft es noch, eh gesagt, in die Top-10. Ja, da haben wir auch dann Top-2 und Top-3 von der Pro-M-Kategorie. Tim Koch schafft es auf den zweiten Platz in der eigenen Wertung. 14 gesamt. Max Bayer kompletiert dann das Podium in der Pro-M-Klasse. Weiter hinten dann noch Max Bayer auf 4. Daniel Bilders auf 5. So weiter und so fort. Dann kommt Maaßen Eckbass, Riedmüller, ja, Maaßen mit seiner Strafe relativ früh nach ganz hinten gerutscht. Und auch Lubomir Schiewitz mit einer Stop-and-Grow-Strafe noch einmal ganz nach hinten. Und da sehen wir dann noch Platz 30 bis 40. Jeden Moment wird es dann gleich auch in die Interviews geben, natürlich von den Siegern des Rennens, nämlich Jonas Wallmeier und Tobias Hübeler. Da werden wir schauen, ob ich die Jungs auch finde. Und den ersten haben wir auch schon da. Hi Jonas. Servus. Ja, wie war das Rennen von deiner Seite aus? Ja, puh. Irgendwie doch anstrengend, trotz Spritsparen. Also das war mit dem Spritsparen, dass wir auch wirklich die 34 Runden schaffen. Das war dann schon echt eine Herausforderung, vor allem wenn man da vorne dann vor allem herfährt. Deswegen, das war schon sehr anstrengend und dann kamen halt auch die Überholmanöver dazu. Aber hat echt Spaß gemacht. Leider der Kontakt mit Sven, das war halt nicht so schön am Ende in der letzten Runde. Aber sonst war ein tolles Rennen. Ja, also das Rennen war unglaublich taktisch, glaube ich, die da im Endeffekt dann unterwegs waren. Aber ja, zu dieser Kollision, die du da hattest, ich würde jetzt fast sagen, wie ist das passiert da in der Schikane? Ja, also der Sven hat halt sehr optimistisch reingehalten und war daneben mir, hat mich dann leider ein bisschen weggedrängt. Ich war halt dann noch für den zweiten Körb auch daneben und ja, ich würde sagen, er hat ein bisschen zu früh eingelenkt. Wobei, das guckt sich sicher die Race Control an. Aber ich konnte nirgendswohin. Da war halt nur noch der Körb und sonst hätte ich eine Slowdown bekommen. Ja, aber insgesamt spritspartechnisch, wie hat es da bei dir ausgeschaut? Ja, also ich bin über die Linie mit 0,2 Liter gekommen gerade. Also war ganz knapp, aber ja, ging schon. Dann würde ich sagen, also ich denke mal, so das Ergebnis hättest du natürlich am liebsten in den nächsten Rennen, die auch noch kommen. Wie schaut es da aus? Was ist so dein Ziel? Mein Ziel ist es auf jeden Fall erstmal Spaß zu haben und ja, irgendwie Top 3 am Ende, irgendwie in die Top 3 zu kommen, das wäre schon so mein Ziel gewesen. Aber auch schade für den Max, dass er jetzt vor Rennstart den Disconnect hatte, weil sonst wäre er bestimmt von nicht gefahren. Ja, man hat es gesehen, also Maximilian Benneke, das ist ein richtiges Tier, ist ja von hinten nachgestartet aus der Box. Zählt dann ja als Miststart, wenn ich es so mal richtig weiß. Ist dann aber wirklich ein Rennen gefahren, unglaublich. Hat aber zwei Warnungen bekommen bezüglich Track Limits und ich denke, das wird im nächsten Fahrerbriefing, glaube ich, auch nochmal angesprochen. Ja, mal schauen, wie es sich so ergibt, die nächsten Rennen. Ja, alles klar. Gut, dann danke ich dir für das Interview. Hast du noch Danksagungen, die du loswerden möchtest an Freunde, an Sponsoren? Ja, also zuerst mal danke an Pat und Max für den Support auch, gerade auch mit dem Sprit. Der Pat hat mir ein bisschen geholfen mit dem Sprit. Und natürlich an unsere Sponsoren Spusu, Autos Wallmeier und Ascher Racing. Und natürlich die Pure Diving School. Ja, und dann danke ich dir fürs Dasein und hoffe, dass du uns nächstes Mal im nächsten Rennen wieder mit so einer so schönen Action beérst. Gut, dann haben wir noch einen hier bei uns in der Kommentatorenkabine gleich. Und das ist natürlich Tobias Hüveler, nämlich mit der Startnummer 4, der Gewinner der Pro-M-Serie. Guten Tag. Hi. Das Rennen von dir, du bist da ziemlich gut mitgefahren in den Pro-M's. Ja, hat super geklappt. Ja, immer schön im Windschatten nachgezogen. Und ja, Spritsparen angesagt, ne? Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass es für dich im nächsten Rennen auch nochmal so gut aussieht. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ja, dann wünsche ich dir auch viel Erfolg im nächsten Rennen. Bist da relativ gut durchgekommen mit allem. Deine Voraussicht natürlich wieder. Erster Platz in der Pro-M-Wertung, denke ich mal. Ja, natürlich, natürlich. Und ja, vor allem bedanke ich mich bei unserem Sponsor Euronics und auch bei dem Team, was mit mir zusammen getrainiert hat, viele Tipps gegeben hat. Und ja, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so möglich gewesen. Gut, dann frage ich auch dich nochmal. Hast du Dankesagungen nochmal an Sponsoren auch? Ja, vor allem Euronics und auch iArt. Das sind unsere zwei Sponsoren, denen wir danken möchten. Gut, dann Glückwunsch zum Pokal und wir sehen uns im nächsten Rennen, nächsten Monat. Ja, das war es auch schon hier vom ersten Lauf der Audi Sport Seifert R8 LMS E-Cup, dem Pendant im Simracing natürlich zum Original. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuschauen und wir hören uns in genau fast einem Monat wieder. Mein Name ist Tobias Brockmann, Hugo Luis war an der Kamera und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend.